Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, es ist schon wieder Mai und das heißt, wir müssen jetzt schnell unser nächstes Voting hier an den Start bringen. Netatanka ist ja gewohnt worden von unserem Unterstützer im April und ja, wir hoffen, dass wir trotz Corona natürlich jetzt auch dann dieses Voting noch vielleicht im Mai über die Bühne kriegen. Und ja, dadurch, dass wir jetzt wieder immer noch getrennt hier aufnehmen, habe ich leider gar nichts. Ich muss mich genauso überraschen lassen. Naja, ich weiß schon ein bisschen was, was Kron sich ausgedacht hat. Und wir dachten ja, weil wir so spät dran sind, machen wir es uns dieses Mal leicht und nehmen so kleine Spiele für die Hosentasche. Ja, genau. Einmal. Nein, wir haben uns gedacht, es ist die perfekte Zeit, muss man ja auch sagen, es ist die perfekte Zeit, um mal so Sachen nachzuholen, so kleinere Sachen. Wo man sonst immer sagt, da habe ich jetzt keine Zeit gerade dazu und eigentlich haben wir ja alle ein bisschen mehr Zeit. Wobei das auch trügerisch ist, mit Kindern, wisst ihr ja vielleicht, mit der Mehrzeit, das stellt sich in der Realität ja immer so ein bisschen anders dar. Aber ja, so ist das halt. Die müssen mitspielen, jetzt hier auch bei den fünf Titeln. Den ersten habe ich ja schon mal, den ersten Elefanten habe ich ja schon mal auf den Tisch gestellt. Edge of Darkness. Ja, Edge of Darkness. Edge of Darkness. Edge of Darkness. Und schon die Claire und AEG. Das hätte ich ja sogar, ich, hier auch. Ja, das ist ja alles. Ja, Edge of Darkness. Ja, da gibt es ja in der Library auch eins. Das stimmt. Hier auch noch in der Decadent riesigen Super-Schachtel. Ja, das ist so eine Art Dominion Deckbilder. Da haben wir schon mal angespielt. Faziten tun wir jetzt hier natürlich nicht. Aber das war einfach was. Aber dann ist irgendwie die Essen. Das müssen wir vor allem auch nochmal spielen. Ja, auf jeden Fall, klar. Das gilt für alle Titel hier. Also ich würde bei den anderen auch nochmal auffrischen wollen. Reden wir gleich drüber. Das hier haben wir gespielt. Dann ist Essen 19 über uns reingeprasselt. Das haben wir quasi, wollten wir noch kurz vor dem Spiel. Haben wir nicht mehr geschafft. Dann kamen die Spieler und dann sind wir ertrunken in dem Ozean von der Spiele. Viel ist passiert. Viel kam dazwischen. Und so steht es immer noch hier. Die 10 Kilo Edge of Darkness. Es ist halt auch ein Spiel, was den Einstieg nicht so super leicht macht. Muss man halt auch sehen. Also deswegen ist es bei uns so ein bisschen liegen geblieben. Weil da hätten wir uns einfach intensiver mit beschäftigen müssen. Und das hat uns dann am Anfang nicht gleich so gehuckt. Aber irgendwie habe ich trotzdem noch. Da ist so ein Restwunsch nach Edge of Darkness. Das ist bei mir auf jeden Fall geblieben. Und ich würde mich freuen, da wieder reinzutauchen. Weil ich glaube, da steckt schon einiges drin. Ja, entschuldigt auch, dass wir natürlich bedingt aufgrund dieses Splitscreen-Formats jetzt hier die Spiele nicht alle auf dem Tisch haben, sondern ich die nach und nach reinhole. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen besser für euch anzuschauen. Aber es sind insgesamt fünf Stück, wie in letzter Zeit ja üblich. So viel schauen wir vorne weg. Das zweite habe ich jetzt reingeholt. Und das ist Empires of the Void 2. Vom guten Reihen Laukart. Also bei Red Raven erschienen. In der englischen Version. Ist halt auch. Wir sind ja gut unterwegs. Hatten viel Spaß mit Xia. Warum nicht gleich wieder ins Raumschiff steigen, von Planet zu Planet fliegen und spektakuläre Abenteuer erleben. Ja, und der gute Ryan, der ist ja immer für was gut. Ja, ich mag seinen Stil. Der illustriert ja auch immer selber. Oben und unten. Und so war von ihm. Das hast du aber auch noch gar nicht angespielt. Anders auf der Void 2 habe ich gekickstartet. Oder war... Ja, nein, richtig. Das war ein Kickstarter von seinem neuen, diesem kleinen Spiel. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Haven oder wie das heißt. Wie ist es so? Ah, okay. Ihr wisst schon, was ich meine. Der aktuelle... Rome. Rome, der auf dem Schwerkraftverlag erschien. Das haben wir auch noch nicht vorgestellt. Das hatte ich eigentlich gekickstartet. Und da konnte man dann halt die teureren Spiele noch dazu klicken. Und da habe ich Empires of the Void 2 angeklickt. Und seitdem steht es hier. Alles klar. Und ich liebe Eugle immer damit. Aber ich habe es tatsächlich eines von denen auf der Liste, die ich auch noch gar nicht gespielt habe. Jetzt aber. Das haben wir schon gespielt. Das ist so ein schwarzes Loch auf unserem Kanal. Das ist ein Skandal. Ein großes Skandal. Wir reden jetzt von Mage Knight, Fladach, Vatil. Und hier in der dekadenten Ultimate Edition, wie sie bei Pegasus erschienen ist. Eine Riesenbox mit allen Erweiterungen. Ja. Also dazu kann ich nur sagen, wenn das jetzt nicht gewinnt, werden wir das sicherlich trotzdem irgendwann machen. Aber wenn es gewinnt, dann machen wir es jetzt. Es geht um die Geschwindigkeit und wann. Ich habe immer noch die leiste Hoffnung, dass alle fünf Spiele aus dieser Liste eines Tages von uns gespielt und rezensiert werden. Aber die Frage ist halt, wann. Wir haben jetzt ja auch, ja, ja, genau. Was wir jetzt priorisieren. Und Mage Knight würden wir dann wirklich sagen, so jetzt gibt es aber keine Ausreiten mehr. Aber es ist halt, ja. Ich meine, wir müssen uns dann auch überlegen, machen wir dann erst mal nur das Grundspiel? Oder wie machen wir das? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, wenn wir natürlich zum Thema Sandbox, ja, da ist natürlich Mage Knight, also Tia haben wir gespielt. Ja, ist auch Mage Knight. Und Mage Knight ist da ein Spiel, das man in gleichem Atemzug mit der Vielfalt der Möglichkeiten nennen kann. Ein Brecher. Und das nächste, das sind echt nur Riesenkartons. Das nächste ist von Scott Arms, der sonst immer diese kleinen netten Spielchen macht. Tiny Epic irgendwas. Und diesmal ist es gar nicht so tiny. Es ist Heroes of Land, Air and Sea. Da oben steht nochmal ein Karton, der ist genauso groß, das ist die Order and Chaos Erweiterung. Aber ich habe hier jetzt einfach mal nur das Grundspiel reingestellt. Ja, wie wir da dann, wie wir was, ob erstmal nur das, von Gamelin Games übrigens, oder mit Erweiterung, ist auch hier groß. Und mit Burgen und Miniaturen. Und ich glaube, da war sogar so eine Spielmatte, hatten wir auch noch gekriegt quasi, wo wir das dann drauf spielen könnten. Ja, ja. Cool. 80 Miniaturen, 32 Konstrukte. Sehr schön. Okay, und das letzte, ist auch so ein schwarzes Loch, wo ich auch sagen muss, habe ich leider noch gar nicht gespielt. Und es tut mir wirklich leid, weil, ja, ich bin ja großer Dominion-Fan und es ist ein Deckbilder. Die Rede ist von Thunderstone Quest von AEG. Normale Thunderstone kenne ich natürlich, aber Thunderstone Quest in dieser, ich weiß gar nicht, wie viele Karten sind das denn? Ja, ja, ich weiß nicht. Viele, viele, viele Karten, viele Tokens, eine riesige Schachtel. Ja. Ja, auf jeden Fall eine schöne Auswahl, würde ich sagen diesmal. Fünf schwere, große Spiele. Eine, wo es mir auch schwer fällt, zu sagen, was es wird. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie immer dürften alle abstimmen, die uns auf den verschiedenen Plattformen irgendwie unterstützen. Das heißt also, Kanalmitgliedschaft auf YouTube, Unterstützung auf Steady oder auf Patreon, ganz egal welches Level. Und ja, das findet dann auch jeweils unterschiedlichen Stellen statt. Da hat man Patreon, dann gibt es Patreon, einfach eine Abstimmung auf dem Posting-Stream oder beim Community-Tab auf YouTube, was dann für euch freigeschaltet ist oder auf unserer Steady-Homepage-Seite, die dann hinter der Paywall ist, hinter der Steady-Paywall bei uns. Und weil ihr es jetzt nicht am Stück gesehen habt, hier nochmal im ganz Schnellen, also es waren fünf Sachen, einmal Edge of Darkness, einmal Mage Knight in der Ultimate Edition, einmal Empires of the Void 2, einmal Heroes of Land, Air and Sea und einmal Thunderstown Quest. Ihr habt die Qual der Wahl. Genau. Und wie immer machen wir es jetzt so, dass wir die Zeit relativ kurz setzen, also immer nur so fünf Tage ist Abstimmung, damit wir einfach auch schnell das Ergebnis haben und wir dann auch schnell anfangen können, damit das Video dann umso schneller fertig wird. Ich glaube, ich habe dich wahrscheinlich streng genommen mit den Spielen erschlagen. Die habe ich ungefähr dahin gestellt, wo du eigentlich sitzt. Also ich hoffe, dein Füßchen wird es gut. Ja, alles gut. Alles gut. Bis dann. Macht's gut. Viel Spaß beim Abstimmen. Ihr dürft natürlich auch gerne, auch wenn ihr kein Unterstützer seid, erstens natürlich sagen, was ihr gerne sehen wollt in die Kommentare oder einfach was vorschlagen, was wir gerne mal zur Wahl stellen sollten. Alles erlaubt. Und ansonsten sehen wir uns wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.